Flughäfen sind spannend, beeindruckend durch Größe, Architektur und Internationalität. Der neue BER ist ein imposantes Luftdrehkreuz. Er wird die Menschen und die Region prägen, ein Magnet für Firmen und neue Arbeitsplätze. So ein Großflughafen, Passagiere oder Transportgüter müssen geschützt werden. Mit solchen Aufgaben ist Securitas betraut. Am BER und 230 Airports weltweit. Luftsicherheitsassistenten wie Cindy und Steffen sorgen für Sicherheit am Flughafen. Rund um die Uhr. Mit moderner Technik kontrollieren Cindy und ihre Kollegen das Handgepäck der Passagiere. Volle Konzentration und Fachkenntnis sind gefragt, um gefährliche oder verbotene Gegenstände zu erkennen. Securitas für die Sicherheit am Hauptstadtairport.